Hallo, hier ist der Kaiser von Hannover und neben mir ist der Heiko. Und Heiko, du bist der Initiator. Heiko, was passiert denn heute hier? Ja, wir treffen uns mit etwa 100 bis 200 Gleichgesinnten, um die Leine runterzupaddeln, so schön am Flohmarkt vorbei, um einfach zu zeigen, dass wir nicht ein paar Spinnerte sind, die in Hannover surfen wollen, sondern dass wir ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Menschen in allen Größen und alle möglichen Leute wollen einfach in Hannover surfen können. Wir wollen da eine Flusswelle erzeugen, ähnlich wie am Eisbach in München und wollen dann hier in Hannover einen Surfspot haben für alle Interessierten. Heiko, bist du zufrieden bis jetzt? Unglaublich, oder? Zwei Millionen Menschen. Echt? Wahnsinn, zwei Millionen Menschen? Mindestens zwei Millionen Surfer, bitte. So, und du musst das Brett ganz alleine tragen? Ja, natürlich, ich bin auch ein großes Mädchen. Ja, möglichst als Pulp bleiben erstmal. Also gehen mit den Subs vielleicht zuerst rein. Was ist ein Sub? Weißt du das? Ein Sub? Musst du ihn fragen. Ein Sub ist ein Surfbrett, auf dem man steht, also hat mehr Auftrieb, mehr Volumen. und ist zum Stand-Up-Handeln da. Rutscht doch rüber auf die andere Seite hier. Wir wollen doch Leute rein. Ihr müsst doch Platz machen. Weiter, guck auf, Herr. Ja, ja, ich hab die. Das nächste ist die Geduld, auf die Wände zu warten. Das ist ein Rennen. Das ist ein Rennen. Ihr könnt jetzt langsam losmachen. Es bleibt zusammen. Wir machen doch Fotos von den Brücken und Sturken. Also nicht einmal so weg. Das ist spannend. So, das war der Kaiser von Hannover. Heute mal von der Leinewelle, die bald hier entsteht und vielleicht bald entsteht. Muss man ja vielleicht nicht revidieren. Euch viel Spaß noch und kommt einfach nach Hannover. Wie gesagt, rückwärts, Re von Nah. Und das im Hintergrund ist der Begegenturm. Der ist jetzt auch wieder besichtbar mit dem Historischen Museum, vom Historischen Museum. Das ist da gegenüber. Euer Kaiser. Und die Leinewelle kommt gleich hier an. Gleich ist sie da. Aber hier sind schon einige. Ah, in Vorbereitung noch. Sehr schön. Ihr kämpft noch ein bisschen, ja? Ihr macht das ganz großartig. Danke. 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 Danke.